Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam ein 72-Stunden-Orakel machen. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Wir werden zuallererst zwei Orakelkarten ziehen als Hauptenergie für die kommenden 72 Stunden. Da sind zwei schon gefallen, aber wir nehmen noch eine Mond-Orakelkarte. Okay, also hier kommt eine Nachricht auf dich zu, also Message in a Bottle und To Be Fair. Hier geht es auch wirklich um Gerechtigkeit, vielleicht sogar auch um eine karmische Zusammenführung. Auf jeden Fall wird hier etwas in das Gleichgewicht zurückgebracht und das hat hier etwas mit einer Nachricht zu tun, die dich hier erreichen wird. Lass uns noch ein Mond-Orakel nehmen, bevor wir dann mit den Tarotkarten weitermachen. Da haben wir, arbeite dich durch deine Ängste. Ja, vielleicht hat diese Situation und diese Nachricht etwas damit zu tun, um etwas wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um a, sich mit den Ängsten, mit gewissen Ängsten zu konfrontieren und das Vertrauen zu haben oder zu entwickeln zumindest. Vielleicht kommst du in eine Situation, die sich erstmal ein bisschen unangenehm anfühlt oder wo du das Gefühl hast, oh je, ich muss da jetzt einen Schritt weiter gehen, ich weiß aber gar nicht, was da kommt. Oder du wirst da wirklich vor irgendeine Situation gestellt, wo du wirklich gefragt bist, dann über dich hinaus zu wachsen. Wir gucken jetzt einfach mal mit dem Tarot weiter. Vielleicht hat das auch wirklich etwas mit einem Jobangebot zu tun. Das könnte auch sein, man kriegt nur mal so als Beispiel, es kann jede Situation sein, als Beispiel, du kriegst einen Arbeitsvertrag mit dieser Nachricht zugeschickt. Ja, eine höhere Position oder eine ganz andere Position, wo du dich total drüber freust, aber auch gleichzeitig in dir eine Angst auslöst, weil du weißt, oh je, jetzt geht es um die Wurst, jetzt muss ich wirklich mutig voranschreiten. So was könnte das zum Beispiel sein. Ja, wie gesagt, es kann sich auch um jede andere Situation handeln. Guck da bitte, mit was du in Resonanz gehst. Upsa. Okay, wir haben hier die zwei der Kelche, die sieben der Münzen. Ich ziehe jetzt sechs Karten, die wir dann auch nochmal gleich abklären, um näher reinzugucken. Die vier der Stäbe, die fünf der Kelche, noch zwei Karten. Wir haben den König der Stäbe. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein Mensch abgebildet. Und wir haben, ich mache mal die hier weiter runter, genau, dann haben wir das hier ein bisschen ordentlicher. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal, es kann sein, dass es sich hier um ein Feuerzeichen handelt. Bei dir ein Löwezeichen oder einfach jemand, der jetzt wirklich so richtig motiviert ist, dich zu kontaktieren, dir etwas mitzuteilen. Ja, weil hier sehen wir ganz, ganz viel Kommunikation, auch nochmal mit den acht der Stäben. Das ist die Bestätigung. Und es hat irgendetwas damit zu tun, was dich positiv überraschen wird, aber auch gleichzeitig eine Angst auslösen wird. Das ist sehr interessant. Dann lass uns doch mal auf die zwei der Kelche eine Klärungskarte nehmen. Die kam richtig rausgesprungen. Was ist das? Oh, die Geburt auf die zwei der Kelche. Ganz klare Botschaft hier. Hier wird etwas Neues entstehen. Ja, das kann, wie gesagt, in Bezug auf die Arbeit sein, dass du jetzt hier wirklich den geeigneten Arbeitgeber findest. Das kann eine neue Freundschaft sein. Das kann aber auch wirklich die Liebe sein, ja, dass man hier in eine Vereinigung kommt oder dass diese Nachricht zu dieser Vereinigung führen wird. Ja, das ist sehr, sehr schön. Auf jeden Fall wird hier etwas Neues beginnen. Und das kann unter Umständen, wie gesagt, auch für dich bedeuten, raus aus der Komfortzone zu gehen. Vielleicht hast du dann mal eine kurze Zeit schwitzige Hände, ja, aber hab da wirklich das Vertrauen in Gott. Der will nur das Beste für dich. Und, genau, Angst ist wirklich sozusagen der Feind Gottes oder des Universums. Und wenn du komplett ins Vertrauen kommst, dann brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen, ja. Wenn du das Gefühl hast, das ist der richtige Weg zum Beispiel, genau. Ja, dann schauen wir mal auf die sieben der Münzen. Ups, da sind zwei gefallen. Wir haben hier einmal den unabhängigen Mann und die Tafel. Ja, die Tafel, die steht ja auch dafür, dass es hier eine Zusammenkunft geben wird. Hier wird es Unterhaltungen geben. Und zwar mit einem Menschen. Ja, vielleicht hast du das Gefühl gehabt, ja, dieser Mensch war die ganze Zeit distanziert oder ist eher so ein Verstandsmensch, ja. Sehr, sag ich mal, immer so klar, ohne große Emotionen zu zeigen. Und hier habe ich diese Zusammenkunft mit diesen Menschen angezeigt. Vielleicht ist es auch so, dass diese Nachricht, wenn diese Nachricht auf dich zukommt von diesen Menschen, du diese erstmal gar nicht so wirklich einschätzen kannst, ja. Und das kann vielleicht auch in dir Angst auslösen, weil du diesen Menschen eben schon von einer gewissen Art und Weise her kennengelernt hast und da vielleicht auch ein bisschen misstrauisch bist. Das könnte durchaus sein, dass hier diese Angst deshalb hier auch liegt, ja. Ja, genau, aber irgendetwas wird hier ins Gleichgewicht kommen. Vielleicht hat dieser Mensch auch irgendwie ein Signal bekommen oder eine Vision bekommen, ein Zeichen bekommen, dass hier irgendetwas auch in die Harmonie zurückkehren soll, ja. Also es hat hier etwas damit, wie gesagt, mit Balance zu tun. Irgendetwas wird hier in die Balance zurückgebracht, genau. Lass uns mal auf die vier der Stäbe schauen. Das Wunscherfüllungsei, das ist ja eine richtig coole Legung bis jetzt. Also wir haben hier Wunscherfüllungsenergie und aber zusätzlich eben im Vertrauen bleiben, ja. Also hier, wir haben ja die Wunscherfüllungsenergie auf die vier der Stäbe. Die steht ja auch für eine Vereinigung, ja. Dass man hier wirklich mit jemandem in eine Vereinigung kommt, mit dem man sich einfach unheimlich stark verbunden fühlt. Wo man das Gefühl hat, man kennt sich ewig. Man gehört doch irgendwie zusammen, ja. Und man findet hier zusammen. Und genau, hier ist es wirklich wichtig. Ich habe das Vertrauen und achte auch auf deine Gedanken. Denn hier liegt bereits schon diese Wunscherfüllung auf diese Situation. Ja, das ist sehr wichtig. Und da könnte wirklich nochmal die Botschaft sein, wenn du merkst, die Angst, die dominiert dich in irgendeiner Art und Weise. Dann such das Gespräch zu Gott oder zum Universum und hab wirklich Vertrauen, dass für dich der richtige Weg sozusagen schon da ist, ja. Sodass die Ängste nicht einen dominieren. Genau. Aber hier sieht man wirklich, dass sich hier etwas in eine ganz tolle Richtung in Bezug auf Verbindung oder aber vielleicht auch ein Arbeitsvertrag kann ja auch sein, ja, hier ergeben wird. Vielleicht auch eine neue Wohnungsvertrag. Wie gesagt, guck da wirklich, in welcher Situation du damit in Resonanz gehst. Wir haben hier die 5. der Kelche. Lass mich die mal abklären. Da haben wir die liebevolle Frau. Okay. Vielleicht neigst du manchmal dazu, sag ich mal, das Glas eher halb leer anstatt halb voll zu sehen, ja. Man sieht hier auf jeden Fall, dass du eine sehr feinfühlige, empathische Person bist. Manchmal, vielleicht liegt dir das oder steht dir das manchmal im Weg, dass du manchmal diese Leichtigkeit eines Kindes nicht mehr so im Leben spürst. Und manchmal eben auch eher so, ja, das Glas, wie gesagt, halb leer anstatt halb voll siehst. Und das ist hier auch nochmal die Botschaft an dich, ja, dass du erst mal stolz darauf sein kannst, dass du sehr feinfühlig bist, sehr empathisch bist. Weil dadurch kannst du so vielen Menschen auch helfen. Aber sei auch wirklich sehr wohlwollend mit dir selbst. Weil gerade die feinfühligen und empathischen Menschen, die saugen natürlich auch viele Energien von außen auf. Mehr vielleicht noch als, wie gesagt, Menschen, die nicht so feinfühlig sind. Und da muss man wirklich gucken, dass man sich auch da sozusagen gut erdet, dass diese Fremdenergien nicht so in dein System kommen. Und weil es kann zum Beispiel auch sein, dass du mit Menschen in einem Raum bist und die sind eher pessimistisch eingestellt und dein Energiefeld saugt das dann eher auf. Und dadurch könnte es auch sein, dass du das dann eher halb leer siehst sozusagen, ja. Und da ist nochmal die Botschaft für dich, versuche wirklich dich da zu erden, wenn du das Gefühl hast, okay, du saugst wirklich schnell Energien auf. Das tut wieder Ängste in dir entfachen unbewusst, ja. Was dann wiederum vielleicht auch kontraproduktiv sein könnte, um wirklich deine Wunscherfüllung auch wirklich in die Erfüllung langfristig kommen zu lassen. Weil hier habe ich das wirklich angezeigt, dass hier einfach etwas Neues für dich entstehen soll. Ja, du wirst eine Nachricht, eine Zusammenkunft hier haben. Und genau, vielleicht soll dir das auch etwas aufzeigen, ja. Weil hier etwas, wie gesagt, ins Gleichgewicht kommen soll in den kommenden 72 Stunden. Genau. Lass uns mal auf den König der Stäbe schauen. Da haben wir den Engel des Sanftmutes. Hier haben wir die Herzöffnung. Das ist sehr interessant, weil, genau, wir haben ja hier den unabhängigen Mann, ne. Und ich nehme ja die beiden ja auch als einen Menschen wahr. Und vielleicht bist du deshalb auch erst mal misstrauisch, wenn etwas auf dich zukommt. Weil dieser Mensch, vielleicht kennst du ihn eher distanziert, wie gesagt, eher verstandesgemäß, ja. Wenig Emotionen. Aber dann hier haben wir sozusagen die Herzöffnung bei dem König der Stäbe. Ja, so ein bisschen so Herzheilungsenergie eben auch. Und vielleicht traust du diesen Praten auch erst mal nicht, ja. Und deswegen kann es sein, weil gerade auch, wenn man mit einem bestimmten Menschen gewisse Erfahrungen schon gemacht hat, ist es natürlich manchmal schwieriger, diese neue Person anzunehmen, als wenn man mit einer ganz neuen Person eine neue Geschichte anfängt, ne. Weil ihr habt ja dann vielleicht schon eine Erinnerung, eine gewisse Erinnerung gesammelt. Und dann ist man vielleicht auch erst mal so ein bisschen misstrauisch. Und hier, genau, sei einfach in der Klarheit. Guck dir das an. Guck immer, wie die Taten vor allem auch hinter den Worten sind, ne. Die Taten zählen nicht die Worte, genau, nicht nur die Worte zumindest. Die Taten, die sprechen auf jeden Fall immer für sich, ja. Vor allem auch beständige Taten, nicht nur am Anfang, genau. Ja, aber hier habe ich jemanden einfach, der herzoffener ist, ja, der eben dir zugewandter ist. Und ja, mit mehr Emotionen, aber positiv gesehen, auf dich zukommen möchte. Und die, wie gesagt, mit dir etwas Neues beginnen möchte, ja. Ähm, genau. Lass uns mal auf die 8 der Stäbe schauen. Da haben wir die Schöpferhand. Ja, das ist hier einfach eine riesengroße Chance. Guck mal, hier haben wir so viel Neuanfangsenergie. Die Schöpferhand, da steht auch Neubeginn drauf, ja. Also das ist hier eine so große Chance für dich, was dir großes Glück bringen soll, ja. Und auch Wachstum bringen soll. Also hier sehe ich eine ganz, ganz tolle Entwicklung in dieser Legung. Und einfach nochmal die Botschaft für dich. Versuch dich nicht, wenn du Ängste hast oder du bist vielleicht auch ohne Grund misstrauisch. Natürlich sollten wir auch immer gucken, ist das ohne Grund oder ist das wirklich begründet, dieses Misstrauen. Ne, aber wenn du merkst, okay, das ist unbegründet, das Misstrauen. Versuch dich nicht von deinen Ängsten zu dominieren lassen, weil das Universum dir hier einfach ein großes Geschenk machen möchte oder Gott, ja. Und das soll hier einfach auch in eine super Entwicklung. Wachstum ist hier angezeigt, ja. Soll sich das hier entwickeln in dieser Legung. Also, genau, wenn du diese Legung siehst und damit in Resonanz gehst, dann mach dich hier auf eine Nachricht gefasst sozusagen. Und es hat irgendetwas damit zu tun, dass hier wieder etwas, ja, in den Gleichklang kommt, ja. Und hat etwas mit einer Vereinigung beziehungsweise einem Neubeginn zu tun. Ja, das ist eine sehr schöne Legung. Genau, schau bitte, ob du in Resonanz damit gegangen bist. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut. Tschüss.